Ach, der erste Monsterraum. Ist ja herzallerliebst. Ach Gott, wie macht man das jetzt? Ich brauche jetzt vor allem mal... Ich bin dann überlegen, ob ich abhauen soll oder ob ich kämpfen soll. Weil zu viel können mir von denen nicht hinterherkommen. Dann... Ich muss aber trotzdem kurz sagen... Für sie... Ähm... Gehe ich da mal ganz kurz weg von hier. Ich mache in der Zwischenzeit mal ganz kurz das Xerox hier platt. So, ich... Dann brauchen wir wieder das hier. Ich brauche mal ganz kurz ein Top-X hier. Ach Gott, nee, nicht das auch noch. Ähm... Du gehst mal ganz kurz weg hier. Ich probiere hier nochmal meine letzte Not-Aktion. Mir ist dabei vollkommen klar, dass wir die Zwirr-Club folgen können. Ach Gott, der ist schon wieder aufgewacht. Solange der im Konter-Status ist, will ich den aber nicht angreifen. Ähm... Okay, der Konter-Status ist weg. Natürlich geht mein Donner-Shop daneben. Ähm... An, 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 an... Das ist wieder nicht gut. Habe ich denn nicht noch irgendwas, was mir hier jetzt den Arsch rücken kann? Soweit ich's weiß, kann er nicht mehr kontern, wenn er schon kaputt ist, aber mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Level 27 erreicht. Und Chrissy erreicht Level 26. So, jetzt sind's nur noch drei. Das ist ja super, dass ich hier die ganze Zeit daneben haue. Ja, das gefällt mir wirklich. Ähm... Ähm... Das Siedelbeere zu werfen, ist jetzt auch ein bisschen riskant, aber gut. Immerhin, er hat sie gefangen und gegessen. Okay, wir haben zumindest den Monster-Raum hier überlebt. Auch wenn's ein bisschen umständlich war, aber wir haben's geschafft. Sehr komische Ebene hier. Sehr kleine Ebene vor allem. Ah, wir sind zumindest schon mal fast an der Spitze. Ähm... Nein, ich will jetzt nicht gegen euch kämpfen. Wieso Schaufler, Chrissy? Wieso? Das Viech hat Schwebe. Das kann... Damit kannst du nix untergraben. Die Ebene sieht genauso aus wie die letzte, zumindest von der Grundstruktur hier. Ich muss mal ganz kurz ein paar KP regenerieren. Ich fühl mich sonst zu unsicher. Wenn du erst der Distanz angreifst, dann mach ich das auch. Okay. Dann müssen wir dich jetzt halt kaputt hauen. Damit du nicht mehr kontern kannst danach. Ach ja, jetzt hab ich ja wieder Platz im Inventer, nachdem ich vorhin ein bisschen was gebraucht hab. Ebene 22. Einfach weiter. Nein, naja, du hast hier schon wieder so ein Erzwinger-Pokémon. Und... Alter, machst du Schaden! Hallo, die Attacke war nicht effektiv. Was hat denn das Viech für ein Angriffswert, das ich mir mit dem Flügelschlag 50 KP abzieht? So. Treppe. Die Müssturm Ebene 24. Jetzt haben wir es ja schon fast geschafft. Ach, ich habe keine Donaschock-Attacken-Punkte mehr. Dann tun wir mal den Durchbruch fixieren, auch wenn ich hier eigentlich fast eh nur Elektro-Attacken brauche. So viele Flug-Pokémon, wie es hier gibt. Ebene 25. Ich glaube, nach der hier... Okay. Komm schon, Chrissi, Haus um. Danke. Jetzt mal ganz kurz KP regenerieren, soweit ich das jetzt darf. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das machen. Glauben mich... Ich weiß nicht, ob ich noch Sindelbeeren habe. Eine hätte ich sogar noch. Ach, die Beldrae wieder voraus. Weg da. Das war jetzt nicht wirklich so viel besser. Ich kann mich nur wiederholen. Die Viecher machen verdammt viel Schaden. Gegen die will man so ungern Attacken einsetzen. Hm. Da schläft ein U-Mod. Kurz KP regenerieren und weiter. Ach, das wäre jetzt gar nicht mehr nötig gewesen. Wir sind hier schon in der Mitte. Dann speichern wir hier mal kurz. So, und ich glaube, jetzt haben wir noch... Ich glaube, irgendwie acht bis zehn Ebenen oder sowas, die voraus sind, wenn ich mich recht erinnere. Auf der Himmels-Turm-Spitze. Ja, und... Das haben wir auch. Ein Haufen viel zu stark geratene Pokémon. Metagross Brutalander. Und dann zu allem Überfluss noch sonniges Wetter. Ach Gott, wir haben wieder hier... Außen die Räume und innen die Gänge. Gibt so ein paar bestimmte Dungeon-Ebenen-Muster, die man einfach schon kennt als erfahrener Mystery-Dungeon-Spieler. Wenn man sie dann einmal gesehen hat, dann weiß man immer sofort, wie man die Räume systematisch absuchen muss. Hier wieder das selbes Prinzip. Das Fisch lässt sich aber echt Zeit mitbesterben. Krissi, mach du das. Krissi erreicht Level 27. Da fliegen schon wieder Aerodactyl rum. Ich will hier weg. Die machen zu viel Aua. Jetzt bin ich einmal komplett um den ganzen Dungeon-Komplex rum. Oh, das Tropium würde sich uns anschließen. Ja, komm mit. Ähm... Wie nennen wir denn das Tropius? Ähm... Da ist es... Hätten sie das nicht in der Computertastatur machen können, bin ich nämlich nicht... Die wäre ich nämlich wenigstens gewohnt. Also wir haben jetzt Brücker dabei. Und hier ist die Treppe im letzten Raum, in dem wir gesucht haben. Himmels-Turm-Spitze E4. Ach ja, Moment. Was kannst du eigentlich? Windstoß ist gut. Lockduft machst du mal aus. Wachstum aus. Wirbelwind aus. Also... Du hast nur Windstoß als... Windstoß als interessante Attacke. Naja. Besser als nix. Und... Ach ja. Deine Taktiken... Okay, das passt. IQ wollte ich überprüfen. Attacken anmachen, Itemmeister ausmachen. Und ich will nicht, dass du mir meine Beliebers anbinden wegnummst. Kraftreserve. Habt ihr schon recht. Schmeißt mir kurz vor dem Ende noch einen Haufen Aerodactyls rein, dass er mir ja nochmal alle Attackenpunkte vorm Bosskampf rauszieht. Das wird jetzt eigentlich nicht... Das hier. So. Dann... Kriegst du ja noch einen Stein. Brutalander sind zum Glück auch kein großes Problem. Aber die hier sind eins. Zumindest für mich alleine werden sie eins. Aber ich habe jetzt zum Glück ein paar Teamkameraden dabei. Verhöhner. Den kann man liegen lassen. So. Hier habe ich Geld gesehen. Das nehmen wir mit. Und... Da, 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 da. Ein Wunderfeld. Gut, das können wir jetzt gut gebrauchen. Und eine Treppe. Oh, Moment, da ist noch ein Item. Geld. Kann man immer brauchen. Ebene 6. Und es regnet. Das ist sehr schön. Hier ist nix. Nix. Da ist neue Aerodactyl. Ja. Ja. Das wollte ich jetzt echt nicht. Ich wollte eigentlich was werfen. So. Ebene 7. Schon wieder neue Aerodactyl. Na super. Da. Die Wälder bringt dir einen Schaufel jetzt auch nicht wirklich was. Was haben wir hier? Scope Linze? Ach. Dann darf Lykio die haben. Die hat nämlich noch kein Item. Ebene 8. Lootkaner. Level 28. Und der Magen knurrt. Ich hab schon so lange keine Gummibonbons mehr gefunden. Und der Magen knurrt. Bis zum nächsten Mal.